Im Übrigen, keine Tracht im Spreewald gleicht der anderen. Alle haben ihre eigenen Nuancen. Für die Gäste, die hier sind, so bis 2000 Euro und mehr. So viel kostet eine Tracht, wenn man die heute erwerben will. Also es sind Kostbarkeiten, die werden oft bei uns im Spreewald von Generation zu Generation übergeben. Und ihr seht es, wir fangen auch hier in Radosch bei den Kleinsten an. Kommt mal ein bisschen mit vor zu mir. Hier schön Schatten, die Marlene hat das schon ganz schlau gewusst, warum sie die Leute hier vorholen. Hier ist das nämlich viel angenehmer. Und jetzt dreht ihr euch mal ein bisschen um. Schaut mal, es gibt die unterschiedlichsten Farben, die Marlene hat das angedeutet. Und ihr seht das hier, wir werden das nachher bei den Erwachsenen auch sehen. Radosch ist ein Nachbardorf von Fetschow, 700 Einwohner, früher ein ganz reiches Bauerndorf. Heute haben wir nur noch einen Bauern. So ist die Zeitenwende. Und der Reichtum des Ortes wurde dadurch kündig gemacht an der Borte. Hier beim Rock über 40 Zentimeter. Bei den Großen wird er das noch besser sehen. Weil ich so lieb dich an Annemarie. Da ich nun scheiden muss, schenke mir den Abschiedskuss, weil ich so lieb dich an, Anne-Marie. Es wacht das Bett, dem ersten Stock, es wacht das Bett, dem ersten Stock, es wacht das ganze Haus. Liebchen, ade, scheidend und weh, Anne-Marie, zwei, drei, vier, heut muss ich fort, von Ort zu Ort, Anne-Marie. Wahre die Liebe dein, stets will ich freu dir sein, weil ich so lieb dich an, Anne-Marie. Ich nun scheiden muss, schenke mir den Abschiedskuss, weil ich so lieb dich an, Anne-Marie. Oh Susanna, wie ist das Leben doch so schön, oh Susanna, wie ist das Leben schön. Ja, man kann auch auf dem Oase tanzen, wo man hier die Pärchen aus Wurwitz führt das vor. Nein, ein Strado, wie kann ich Strado vermessen? Heinele, das darfst du nicht, Jo, man mag es witzelig, Pebrus schließt den Himmel zu, alle Englein. Und weiter klatschen, klatschen, macht gesund, er hält Jung. Der alte Pebrus macht, weil der alte Bengel heute mit seinem Engel eine kleine Bummel macht. Weil der alte Bengel heute mit seinem Engel eine kleine Bummel macht. Prima! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020